Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump'n'Run, eure Jump'n'Runs. Ich bin ein bisschen traurig gerade, weil ich habe jetzt gute eineinhalb Stunden aufgenommen und einfach irgendwie, mir ist ja aufgefallen, dass ich ziemlich leise in den Videos bin und ich wollte mich ein bisschen lauter machen, habe es auch getestet vorher alles, lief alles super, ich war gut zu hören und als ich gerade die Aufnahme beendet habe, nach eineinhalb Stunden, ist mir aufgefallen, dass ich total übersteuert habe. Ich kann euch da gerne mal was einblenden, ich habe viele eurer Maps gespielt, zwei richtig coole waren dabei, einmal vom guten, hier, Rupert MC, die Map war echt cool und vom guten, hallo, wo bist du, Dylan, auch eine richtig coole Map. So Leute, ich habe gerade die Map von Trihard Firmish gespielt, leider war das, also die Map an sich war echt cool, nur das Ende fand ich ein bisschen kacke, habe ich dann gefailt, hätte alles neu machen müssen, nach einer halben Stunde, hatte ich nicht so viel Bock drauf, darum nehme ich sie auch nicht ins Video. Okay, okay, sagt der, der Portal braucht, oh mein Gott, ich versuche sie einfach mal, ich bin jetzt hier in der Map von Jenseits, mal gucken wie sie ist, ich hoffe mal besser, Leute, falls ihr Maps baut, die scheiße sind, weil sie einfach fast unmöglich sind, weil sie, ja, keine Ahnung, 50 Dreier Neos enthalten, mit, was weiß ich, spiele ich die nicht, ich möchte Spaß beim Jumpman haben und mich nicht abwacken lassen. Oh mein Gott, konnte ich denn das jetzt failen, alter, würde ich jetzt am liebsten neu starten. Äh, komm, ich versuche es nochmal mit Head to the Timing, ja, jetzt hat es geklappt, sehr schön. Ähm, das müsste, ich glaube, das müsste so sein, wenn ich mich nicht täusche. Nice, sehr schön, sehr gut. Zack, nächster Checkpoint. Ah, das ist, warte, ist dieser Troll, ja, ist der Trollvierer, muss man wahrscheinlich von hier oben machen, wenn das schon so gebaut ist. Oh, lol, oh mein Gott, nice, eins, zwei, drei, ja, sehr schön, okay, zack, zack, und zack, nice, sehr schön. Jetzt noch ein ekliger Vierer, da muss ich wahrscheinlich den Sprung da mitnehmen. Ja, nice. Mist, zwei Fails schon. Jetzt wieder dieser unnötige Vierer. Nice, nice, und... Oh mein Gott, komm, bitte zum Checkpoint, nice, beim Checkpoint, sehr schön. Junge, ich glaube, er mag irgendwie diese Neo-Ups. Äh, lol, Zuma ist doch okay. Zuma, hey. Zine, ach komm, ich stelle mich einfach hier hin. Nice, oh, was ist, Digga. Nein, RIP. Wenn man nämlich diagonal läuft, ähm, dann läuft man ein bisschen schneller und kann über eine Lücke rüberlaufen. Braucht man aber anscheinend Momentum für. Okay, was bist du? Oh, okay, ich sehe. Und eigentlich sollte ich mir die Maps vorher angucken, bevor ich sie spiele, damit ich direkt entscheiden kann, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht. Ich denke, das werde ich in Zukunft auch machen, dann verliere ich nicht so viel Zeit, anstatt einfach direkt rein zu joinen. Warum baut jeder einfach Dreier-Neos mit so einem ganz merkwürdigen Anlauf? Ich verstehe das nicht. Alter, endlich. Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Nice. GG. Ja, die Map sieht zwar absolut hässlich aus, sorry dafür, aber sie hatte coole Sprünge. Ja, klar, sind recht, standardmäßige Sprünge gewesen, aber sie war machbar. So, jetzt bedanke ich mich aber fürs Zusehen. Machen wir gerne weitere Mips, ich spiele die gerne, wenn sie denn nice sind. Und ja, würde mich freuen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Ohne Zahn. Ciao, ciao.